Das war das Beste, was mir passiert ist. Für meinen Herzensberufsweg. Ehrlich. Also, dass ich das gefunden habe, ist echt klasse. Und ich würde am liebsten gleich am Samstag lesen. Ehrlich, das ist so bereichernd. Und ich will einfach, also unterstützend tätig sein auf meinem Weg, ja, mit den Kindern natürlich, ja, sie begleiten. Ja, das ist meins. Mein Name ist Aisha Bischreiber. Ich bin Verwaltungsangestellt, habe selbst vier Kinder. Und zum IP Kinder- und Jugendcoach bin ich übers Facebook gekommen. Und wo ich das gesehen habe, da war ich total glücklich. Also, das war das, der Weg von mir. Ich konnte es kaum glauben. Also, ich habe echt einen Jugendschreib gemacht und habe zu meinem Mann gesagt, das ist es, was ich schon immer mir gewünscht habe, weil ich so sehr mit Kindern arbeiten möchte. Und ich habe noch nebenher Entspannungscoach für Kinder gemacht und habe darüber ein Zertifikat und habe auch schon mit Kindern diese Übungen gemacht und war auch sehr erfolgreich damit. Und ich habe gespürt, ich möchte noch weitergehen. Also Entspannung ist super für Kinder, dass sie es auch im Kinderalter lernen und dass sie das schon mal fühlen, wie das ist. Nun, ich wollte sie auch unterstützen, also begleiten auf ihrem Weg, dass sie mehr Selbstbewusstsein erlangen oder auch auf ihrem schulischen Weg oder bei allen Momenten, was sie eben so unterstützen brauchen im Leben. Ja, das wollte ich. Für mich war es so eine Bereicherung, also so auch als Mutter und dass ich weiß, wie es für die Kinder ist, einfach so begleitet zu werden, in einem geschützten Rahmen. Also solche Handwerkszeuge zu bekommen und diese auch vermitteln zu können, auf eine kindgerechte Art. Also so toll, einfach super. Ich würde es, weiß nicht, immer wieder gerne. Also super, ehrlich. Das ist so schön, wirklich. Also der Daniel ist für mich ein ganz besonderer Mensch, weil er vermittelt es so kindgerecht. Also ich habe alles so aufgesagt wie ein Schwamm und es ist so machtvoll, wie der das macht. Also das speichert sich so ganz einfach, also bei mir zumindest. Ich habe so viel Input bekommen und wir haben so viel gelernt von ihm, was das Wahnsinn ist. Also wie der das rüberbringt, das ist für mich genial. Das ist der, also da merke ich, der macht das von Herzen. Das ist sein Ding und das ist keine, also nicht so wie Arbeit für ihn, sondern das macht ihm so viel Spaß. Und er vermittelt auch, während er uns das beibringt, uns Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern, dass das einfach sein Weg ist. Also der ist da mittendrin in dieser, also er macht das einfach super. Das ist einfach das, was, ich weiß nicht. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. So stelle ich mir einen Kinder- und Jugendcoach vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017